hey leute willkommen zum neuen video auf dem kanal und zwar mal wieder zu folge aber ja mit dabei ist geld entschuldigt da hinten ja wir gehen in offenen game rein facecam ist nicht da weil man da meinen daumen nur sieht mein gesicht nicht so hässlich und was wollte ich jetzt sagen ich hab's vergessen im bester ich weiß ich bringe heute gaming raus weil geld da ist und der muse ja nicht zeigen erfreut es da er hat vorher auch noch irgendwas aufgenommen hat meine aufnahme danach abgeklackt ich weiß auch nicht warum aber ich werde gefeiert ahhh aber ich bin gesund so leute ich habe mir dieses unnötige video angeschaut damit ich mehr geld bekommen und ich habe gerade mal 40 minzen bekommen diesmal sterbe ich nicht gleich wie start jetzt sterbe ich nicht gleich beim ersten mal hier aua erster kill das mag ich dieses teil hat eine hochkontrolle und mannach komm herr schischko manager place let irgendwie keine videos noch ich weiß nicht warum was mit dem los ist das ist auch mein youtube freund ich hab mehrere youtube freunde ich dachte letztlich real hoch finde ich toll man kann ihn ablose auch abbrechen er hat sein comeback ist ja gekommen er hat ewig kann er zwei monate keine videos hochgeladen und auf einmal hätte wieder was hoch warum ein interview geld der ist übrigens fresh dorge muss echt vorbeischauen drogen auf dem kinderspielplatz nicht so jugendfrei aber ok ja ich auch komm ja ich werde sterben überlegt was denn da los ich bin heftig ich bin level 8 leute level 8 da kommt oh nein er hat sense ich bin wird ich bin wird ein massiv was nicht falsch ich bin jetzt ein video von kayke kong hat das gehört komm und willkommen zu einer folge toll King Tom. Danke. Bitte. Was, ich bin echt toll. Nee, noch bin ich nicht trip. I'm live. I'm live. I'm live. Englisch 3. Auf Gymnasium. Video ansehen. Also ich bin im Jahr 2000. Eins. Wie viel Arbeit soll ich sein? Ich bin jetzt 17. Du bist schon echt 3. Ein sehr junges Mensch. Ein sehr junges YouTube. Der lesen kann. Ich werde das 18. Du lebst noch nicht mal. Geht das? Ja. Alles klar. Er lebt noch nicht mal. Lecker, lecker, lecker. Oh, jo. Amazio Whip. Amazio Nana. Ja, ich tippe doch auf. Ja, ich tue so das. Bist du dir das sicher? Also wir wollen das erstmal nicht sehen. Und das wollen wir jetzt mal nicht sehen. Oh, das klappt. Oh, die Hitze. Genau. Bist du streifelig. Boah, perwärte Geräusche hier, ey. Finde ich jetzt nicht so toll. Gute Nerf. Also immer wenn ich mir Geld aufnehme, werden die Folgen so quatschig. Ohne Scherze. Man konzentriert sich gar nicht aufs Game. Das macht man so nebenbei. Ist dein Kätzchen einen Namen? Ja. Game Junior. Junior, Junior, Junior. Aus welchem Land kommst du? Kamst du aus Afrika? Okay, Leute. Mit diesem Tod war es ein gutes Ende für dieses Video. Wer es euch verdreht hat, lasst an, macht's gut. Cheerio und tschau. Moment.